Auf dieses Spiel war Cosimo Cicciolo nicht vorbereitet. Der ehemalige DSDS-Kandidat und seine Freundin Nathalie Gauss entpuppen sich im Sommerhaus der Stars zu absoluten Zuschauerlieblingen. Während andere Paare zunehmend schlechter bei den Fans ankommen, wird Cosimo für seine lockere und lustige Art gefeiert. Doch jetzt fiel dem Sänger ein Sommerhausspiel besonders schwer. Der Grund, das Fahrrad war für Cosimo noch nie ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Als Cosimo erfuhr, dass er und Nathalie bei der Sommerhaus-Karlenge einen Fahrradparcours bewältigen müssen, schlug er die Hände über den Kopf zu zusammen. Ich habe noch nicht mal den Fahrradführerschein geschafft, ärgerte sich der Reality-TV-Kandidat. In der Grundschule sei er als einziger von 40 Schülern durch die Fahrradführerscheinprüfung gerasselt. Das sitzt bis heute tief. Dementsprechend kamen er und Nathalie bei dem Spiel nicht besonders weit. Das Spiel hat mich richtig runtergezogen, war Cosimo vom Spielausgang enttäuscht. Auch mit dem Autofahren tat sich der Musiker mit italienischen Wurzeln viele Jahre seines Lebens schwer. 16 Anmeldungen zur Führerscheinprüfung und schätzungsweise 10.000 Euro habe es gekostet, bis Cosimo den Lappen endlich mit 40 Jahren in den Händen halten durfte. Ich wurde unterschätzt von manchen Leuten, ich habe es geschafft, war er daraufhin im RTL-Interview stolz.